Und zugeschaltet aus Leipzig, mein Kollege Ralf Geißler. Ralf, welche Bedeutung hat das jetzt, dass da diese Chipfabrik für Deutschland gebaut wird und in Deutschland gebaut wird? Naja, es macht Deutschland und auch Europa ein ganz, ganz kleines bisschen unabhängiger von der Chipproduktion im Ausland. Momentan ist es ja so, dass über 90 Prozent der Chips vor allem aus Taiwan selber, aber auch eben aus Asien kommen, ein bisschen auch aus den USA. Und die Europäische Union hat ja gesagt, wir wollen mindestens 20 Prozent in Europa selbst machen. Und dieses Werk ist eben ein Baustein von vielen, die nötig sind, die zum Teil auch schon gelegt worden sind. Man denke an Intel in Magdeburg, um eben unabhängiger zu werden von ausländischen Produzenten und in Europa selbst Chips herzustellen. Warum ist denn eigentlich die Produktion bislang vor allem, zu einem Großteil muss man ja sagen, auf Taiwan beschränkt? Ja, es ist historisch, glaube ich, einfach so ein bisschen so gewachsen. Also diese Firma in Taiwan, die die meisten Chips baut, ist tatsächlich die gleiche, die jetzt das Werk in Dresden bauen möchte. Das ist TSMC. TSMC ist ein sehr, sehr wichtiges taiwanesisches Unternehmen, zählt zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Und die haben schon 1987 angefangen, Chips herzustellen, aber nicht für sich selbst, sondern im Auftrag für andere. Und es ist eben heute so, dass TSMC zum Beispiel die Chips für Apple herstellt, aber eben auch für andere Produzenten. Und so sind die über die Jahre immer größer geworden, weil eben Taiwan zum einen, glaube ich, sehr günstige Produktionsbedingungen hat. Wahrscheinlich waren die Löhne auch nicht so hoch wie zum Beispiel in Europa, als es noch personalintensiver war, so etwas zu machen. Und die Energiekosten mutmaßlich auch entsprechend niedrig. Und dann ist eben TSMC, insbesondere eben die taiwanesische Chipproduktion, immer größer geworden. Inwiefern ist diese ganze Entwicklung, dieser geplante Bau auch wichtig vor dem China-Konflikt? China droht Taiwan ja mit einer Einverleibung, bedroht die Demokratie vor Ort. Würde China ernst machen, hätte das ja auch sehr große Auswirkungen auf die europäischen und auch auf die deutschen Lieferströme, oder? Also das ist tatsächlich ein Hauptgrund dafür, warum Deutschland sagt, wir wollen uns unabhängiger machen. Deswegen hat man ja auch nicht nur TSMC versucht, nach Deutschland zu holen, sondern es gibt hier ja auch schon diverse Chip-Hersteller, insbesondere in Dresden. Da wäre zu nennen Infineon, die auch Chips für die Automobilindustrie fertigen. Da ist Bosch, die Chips herstellen. Da ist Global Foundries, die ähnlich wie TSMC im Auftrag für andere Chips produzieren. Also man versucht sich hier breit aufzustellen, damit genau dieses Szenario möglichst nicht eintritt, dass im Falle eines chinesisch-taiwanesischen Konfliktes dieser Hahn komplett zugedreht wird und dann hier vielleicht gar nichts mehr ankommt. Es geht allerdings der Europäischen Union, das muss man auch betonen, nicht darum, sich komplett unabhängig zu machen. Also es geht nicht darum, dass wir in Zukunft alle unsere Chips mit viel Fördergeld in Europa bauen, sondern es geht eben darum, wenigstens ein Fünftel des eigenen Bedarfs selbst decken zu können, damit man im Zweifel überhaupt etwas hat. Wir erinnern uns an die Corona-Pandemie. Da gab es ja große Lieferschwierigkeiten. Es gab keine Tanker, die die Chips dann von Taiwan, von Asien nach Europa bringen konnten. Da konnten in Deutschland sehr viele Autos zum Beispiel nicht produziert werden, Elektroautos, die dann auch nicht verkauft werden konnten. Es gab deswegen Kurzarbeit. Und gerade die Autobranche dringt eben auch darauf, dass sie sagt, wir müssen zumindest einen bestimmten Teil dieser Chips hier selbst machen, damit wir in Engpässen sagen können, wir haben zumindest eine Grundlage, eine Basis hier vor Ort, mit der wir weiterarbeiten können. Ja, Sie haben das europäische Förderprogramm angesprochen, das auch unter anderem solche Aktionen wie jetzt geplant in Dresden unterstützt. Es gibt aber, um dann nochmal konkret auf dieses Unternehmen aus Taiwan zu schauen, ja auch Kritik. Das Unternehmen produziere nicht die aktuellste oder aktuelle Technik. Was ist da dran? Das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe den Text auch gelesen. Die Technik ist aktueller, als man das ursprünglich vermutet hatte. Also es werden auch deutlich kleinere Chips hergestellt, als in einigen Vorberichten zu lesen war. Und ich würde unterm Strich sagen, man will hier die Chips produzieren, die die Industrie auch hier nachfragt. Wir haben ja gerade in Sachsen eine relativ große Autoindustrie mit Volkswagen, mit BMW, mit Porsche. Und das Werk wird die Chips machen, die diese Firmen am Ende auch brauchen. Insofern weiß ich nicht, ob sozusagen die Debatte, sind es die aller, aller neuesten Chips oder sind sie es nicht, so viel weiterbringt. Es sind die Chips, die momentan und in Zukunft hier sehr wahrscheinlich gebraucht werden. Sie haben die Autobauer angesprochen in Sachsen. Wie wichtig ist das neue Werk auch für das Bundesland? Ja, immens wichtig, weil es bringt natürlich gute Arbeitsplätze. 2000 Jobs sollen da entstehen. In Dresden ist es ja so, es gibt ja schon sehr viele Chip-Hersteller dort. Es ist ja der größte Chip-Standort überhaupt in Europa inzwischen. Und man hat da eine große Expertise aufgebaut, hat schon zu DDR-Zeiten, muss man sagen, angefangen, dort auf Mikroelektronik zu setzen. Und in Sachsen hat es konsequent weitergeführt nach der Wiedervereinigung. Ein Hersteller nach den anderen in die Stadt geholt. Und es ist für die Stadt sehr wichtig, es ist ein großer Erfolg, dass man da weitermachen kann und dass man sich eben als der europäische Chip-Standort etablieren kann. Jetzt haben wir über die Vorteile für Deutschland, für Europa und für Sachsen gesprochen. Schauen wir zum Schluss nochmal ganz kurz auf Taiwan selbst. Warum ist es eigentlich für das Land wichtig, auch außerhalb des Landes, solche Standorte überhaupt zu bauen? Was ist da attraktiv für diese Firma? Also tatsächlich ist für TSMC ein Motiv, dass sie sagen, wir wollen näher an unseren Kunden sein. Sie bauen ja auch jetzt schon Chips für alle möglichen Geräte, für die Unterhaltungselektronik, für die Automobilhersteller und so weiter. Und sie hatten eben dieses Problem, dass bestimmte Tanker nicht fuhren, dass Häfen nicht offen waren während der Pandemie und sie diese Chips nicht produzieren konnten. Und es ist auch für TSMC sozusagen ein Vorteil, dass sie sagen können, wir sind dann näher dran an den Herstellern. Also wenn wir uns breiter aufstellen auf der Welt insgesamt, sind wir näher dran an den Produktionsstätten. Die Firma baut nicht nur in Deutschland eine Fabrik, sondern auch in Japan und in den USA, um eben breiter aufgestellt zu sein auf der Welt. Und im Zweifelsfalle, wenn es zu irgendwelchen Problemen in Taiwan selber kommt, sagen zu können, dort können wir zumindest noch weiter produzieren und direkt vor Ort auch verkaufen. Leif Geisler, vielen Dank für die Informationen. Danke nach Leipzig. Gerne.